Musik Hier habe ich die Gab So good morning and welcome to a new day, a new video. Today we are going to Disneyland. It's going to be an exciting day because today is Dheria's fourth birthday. Dheria! Happy birthday! Yes! Dheria! Who did you get here? Mr. Mr. Who is on your watch? Mickey Mouse! Mickey Mouse! Yay! So now it's time for 10.15. We are in the cab. It will take us half an hour to reach there. And today is the whole day on Disneyland. So let's explore Disneyland. And I will give you all the details. So you can book tickets online. There is a certain website on Disneyland. And there are some third party apps like Kluk. So you can do it with Kluk. I will put down the prices on the screen. But just make sure that you check the calendar. On a few days, the calendar is written that the Disneyland is not off-label. So you have to do that planning. We have booked tickets before coming. So Kluk and Trip.com. And you get discounts around 8-10% on the ticket prices. Here you can take the metro too. But the metro is via. You don't have to go to Kovloon. And then there is one interchange. And then Disneyland is reached. But we had a walk here. So we thought we will take a cab. So finally this is Disneyland. Yes. There are pram services here. I guess we will take a pram for Dory. We are at Disneyland. This is our Unreal Engine. Let's go. Look. See Mickey Mouse. There is Minnie Mouse. Minnie Mouse. Now let's see what characters we recall. That is Daisy Duck. Maybe there is Daisy. Maybe there is a Dory? I don't know. Maybe he would be goofy. Mickey at the top of the time. DaView at the top of it. So cute. People are here with lots of energy. And there are some groups that are color coded. Like you can see the pink people, they should be in the same group. Because Dehriya would need a stroller, we have to rent here. Let's get in the line and get a stroller for her. So that's the price of a stroller and a wheelchair. Which is $60. And stroller $150. Okay. Charging $250 and $100 is refunded. Are we good? Yeah. $250. Please write down your baby name. This is deposit card. Deposit card losses, you lost $100. No card, no refund. Tonight, come back before 9. Come before 9. Come before 9. Before 9. Okay, thank you. Oh perfect. And the locks, what comes here? Yeah, the locks here. Yeh agaya hamarei Dehriya ka stroller. So yeh hai Hong Kong Disneyland ka poora map. We have a lot to cover. Let's start. First glimpse of the castle. So beautiful. It's beautiful. All the places. Gio Sum. We love you. frozen nummies. DJ Ba. So they have a play going on. Vielen Dank. Wir sind hier in Adventureland und hinterher ist die Moana, aber das ist 12.30 Uhr. Wir sind jetzt um 12 Uhr. So, wir gehen nach der Jungle River Cruise. Wir gehen nach dem Cruise. Hallo! Hier haben wir einen Mickey Mouse. Mini Mouse. Das ist der Entry. Das ist der Entry. SchmangelUNG Musik 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 Ich habe einen Rangal-Kruz gemacht und ich habe einen Shop. So, das ist der neue Look und der Mickey Mouse T-Shirt. So, ich habe einen Rangal-Kruz gemacht und ein bisschen pricier, 2.29HK. So, jetzt gehen wir auf die Moana. Jetzt gehen wir hier die Parade, weil es 12.30 Uhr ist, die Parade ist. Wo werden wir gehen? Die Parade starten. Das ist ein Wart reachentwist. ähce- So, jetzt sind wir in der Footcourt. Das ist der Kastel. Jetzt sind wir in der Footcourt. Wir werden hier essen. Es gibt keine Option. Aber ich habe gefunden. Es gibt eine Pizza. Oh, wow! Das ist AC. Hier finden wir alle Kombinationen. Chicken Steck. Grill Section. Roasted Half Chicken Combo. Und da gibt es auch noch eine Seite. Ich denke, die Internationale Section ist nicht. Das ist die Apple-Mitmener Pizza. Wir können die Drinks haben hier. Aber Sie sehen die Pricing. Minerized Water kostet 30 Dollar. Das ist 330 Euro und 500 Euro. Das sind die Pizza Prices. Das ist die Pizza. Wir sind ein Pizza. Und sie haben eine dring-freunde. Das ist Fanta. F ist für Fanta. Wir haben die Dumplings, Garlic Bread, Sweet Corn, Puff. Die Beans sind hier. Das ist die Pizza. Die gibt es die Karts. Das ist die Pizza. Das ist die Pizza. Wir sind jetzt für einen Rhein. Das ist die Pizza. Das ist die Pizza. Das ist die Pizza. Wir gehen nach Winnie Tappu. Wo sind wir? Closed? Ja, Closed. Wir sind auf Dumbo Ride. Wir sind auf der Ride. Wir sind auf der Ride. Wir wissen, dass wir hier anders sitzen können. Jetzt wird die Ride start. Der Herria und seine Mutter sind hinter der Ride. Wir sind auf 4-5 Rounds. Aber für die Kinder... Die besten Teil des Disneylanden ist, dass die Kinder hier unter 10 Jahre sind, viele Rides zu machen. Wenn die Kinder großartig sind, dann gibt es die Universal Studios in Singapur. Es gibt auch andere Rides. Oder auch in Hongkong. Hier sind die Kinder hier. Die Kinder durch die Ride. Hier sind die Kinder. Die Kinder sind in der Ride. Es ist ein Film und ein Show. Was mein Lieblingsvive ist hier? Wow! Es sieht aus wie ein Film aus. Amazing! Oh, da ist ein Rollercoaster Rollercoaster Da ist der Rollercoaster Da ist der Rollercoaster Ich weiß nicht, ob es wird Aber es ist gut, wir gehen So, die sind die So, die sind die 95cm, die sind die Height Dori ist etwas über 95cm So, sie kann das Na, Derya? Will es kommen? Rollercoaster ist Ihr erste Rollercoaster Ihr erste Rollercoaster Aber sie hat sich ein Kastel damit wir die Zeit haben Ich wünsche euch allen Freizeidigung So, das ist ein Kastel Es ist eine kleine Welt So, wir haben einen kleinen stoppen Ich habe die Biscuits Ich habe die Biscuits So, wir gehen nach Tomorrowland So, wir gehen nach Tomorrowland Das ist die Map Das ist in der App So, wir haben einen App in Hongkong-Disneyland und dann können Sie einen real live location So, hier ist ein Hyperspace Mountain Hier ist ein Rides Hier ist ein Rides You will find the Merchandise store Hier Ihr könnt die Merchandise hier Like Disney und Marvel Star Wars So, das ist die Ein super Das ist die aller An Mal Nachdem ich die Merchandise für dieses Trip gekommen bin, habe ich gemerkt, dass Marvel ist. Ich habe vergessen, dass die Konnexion zwischen Disney und Marvel ist. Das ist so, dass ich nicht ein T-Shirt bekommen habe. Man ist ein meiner Lieblings-Favorite Charaktere aus der Marvel-Serie. So, wir gehen und sehen uns. Und wir gehen hier in den Expo-Shop. So, wir gehen hier an. Die Lifelike Charaktere. $3399, $1399. Das sind HKD, Hongkong Dollars. So, wenn Sie die 11-Jährten multiply, Sie werden, Sie werden. So, als ein Business Case Study, all diese Filme sind, sind die Wäste zu verkaufen. Das ist wie diese Firmen machen. Sie werden nicht mehr bekommen. Ich komme nicht mehr mit der Geld Rush. Ich komme jetzt mit der Bauen. Entstehen wir mal hier. Die Diener von einer 3.15 Uhr. Denn jetzt sind die Diener mit der Bauen. Das ist mein Bediener in den envolten. Das ist die Diener der Artesvine. Das ist die Diener der Landeskarte. Das ist die 3.15 Uhr. Die Diener Konzentrierung. Was ist die Diener? Das ist die Diener. Die Diener. Die Diener. Die Diener. Die Diener. Das ist die Diener. Das war verrückt, man. Dass du in einem Spaceship bist und Iron Man ist für dich, mit den Robots. Amazing, amazing. Das ist toll, wenn du hierher bist. Das war's. Das war's. Es ist 5.30 Uhr. Es ist die Parade. Das ist die ganze Straße. Die Leute sind auf der Parade. Ich werde eine Popcorn für Dori. Ich werde eine Popcornstrahler kaufen. Hier sind die Grizzly Gulch, Mystic Point und Toy Story Land. See? Gold. The biggest gold nugget ever found in the Gulch. Der ist die ganzen Kumpel-Experienz-Center. Jetzt sind wir in Mystic Point. Hier haben wir in Mystic Mainer. Ich bin sicher, dass ein Ride wird. Mystic Point, Fred Depot. Es ist Zeit, 6.40 Uhr. Wir haben 5 Minuten dort gelegt. Und das ist die letzte Teil der Disneylanden. Toy Story. Toy Story. If you remember, Toy Story. Those toys which come alive. My favourite kind of a series. One of the favourite. Hier sind viele Rides. Hier sind viele Rides. One ist das. The Free Fall. Und das die Dragon in Fun Kingdom. Das ist die große Version. Ich liebe diese Ride. Ich liebe diese Ride. Das ist die Ride. Das ist die Strinken da besser. Oh, das ist die Süßigkeit. Und das ist die Ride. Schreie inurious Kumpel. Für euch zu kommen, hier haben wir etwas für die Kinder, für die Kinder, die 10 oder 12 Jahre alt sind. Und für jemanden, oder ein Teenager und vielleicht ein Teenager würde es lieben. Es ist nicht für die Kinder unter 10 Jahren, das ist sehr schnell. Und dann haben sie auch noch viele Teile. Even ihre Toiletten sind sehr innovativ und mit dem Team. So, diese section ist unglaublich. Ich liebe es. Rex, Slinky and all my toy friends. We came back in the night because of the lights. See how beautiful it is. See, they have purple in the water. So, now time is 9.40. Und wir hier sind vollständig. Das war ein fantastisch, memorable day. Wir sind sehr froh. Dori, das war die 4th birthday. Wir können nicht imagine a better place. To celebrate her birthday like this. Right? So, and I hope you liked this video. You got enough information for you to plan Hong Kong as well as Disneyland. Thanks a lot for watching. Stay tuned. See you in the next video. Tomorrow we are going to Tiantan Buddha. And using the Nong Peng 360 cable car. So stay tuned. You will have more information on that trip as well. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.